Hi, da bin ich wieder und zwar mit dem Üppäckchen. Juhu, ich freu mich. Ich muss mir gerade noch ein bisschen am Sternerich ruddeln. Ich war die Wucht da ganz erschrock. Ihr wisst ja, ich habe ja schon im Action-Hall gesagt, dass ich Stress heute die Woche habe und plötzlich klingelt es an der Tür und der Postbote trägt mir ein Päckchen in die Hand. Ich habe gesagt, von mir? Was? Ich habe schon ein bisschen geguckt, weil ich heute nichts bestellt habe und dann habe ich gedacht, was ist das dann? Ja, und da war das Päckchen von der lieben Ines. Ich freu mich. Ja, jetzt wie immer, habe ich jetzt mal das Päckchen hingestellt und es hat mich echt überwindet gekostet, bis jetzt zu warten. Ich mache jetzt mal auf und ich freue mich eigentlich umso mehr darüber, weil Ines gerade im Moment ein schlimmer Schlag hat. Also, ich wollte schon gerade sein Anschlag hat, ein schlimmer Schicksalsschlag hat und trotzdem mir dann so ein Päckchen schickt, das rührt mich schon. Das muss ich schon sagen. Jetzt guckt euch mal die Karte an. Ist sie nicht toll? So cool. Ich gucke mal gerade, was drin steht. Ach, guck mal, wie süß. Ich gucke mal gerade. Hallo, liebe Mutti. Die ist sie so süß. Ach Gott. Oh, da... Ja, da tun sich wirklich unglaubliche Zähne abspielen. Ach wie süß Herr im Himmel Katastrophe Katastrophe Du bist echt der Hammer Oh man So süß Dankeschön Für die ganz süße liebe Worte Ich bin Ja Total gerührt Ich hole jetzt mal Ich muss Ich muss mich jetzt mal ein bisschen am Riemen reißen Ich hole mal die Wie ist die Folie da runter Ich habe jetzt gerade ein bisschen Wortschfindungsstörungen Ich bin ganz sprachlos Ach guck mal Oh wie süß Lauter Konfetti Seht ihr das? Ach guck mal wie cool Jetzt muss ich dann aufpassen Dass das im Karton bleibt Weil da kann man Oh Vorsicht Glas Oh weh Okay Ich hole das jetzt mal da runter Damit mehr Platz haben Damit mehr das alles sehen Ich bin schon ganz Neugierig Neugierig Vorsicht Glas Ich bin total nervös Jetzt Oh leck Oh Ich schau Ob ich das da jetzt einfach mal Oh leck Guckt euch das da mal an Ach guckt mal Seht ihr das? Guck mal wie schön Ach das da ist ja Amo so toll Ne Wow Ich meine ich jetzt nichts kaputt Ihr wisst ja Oh Warte doch Ihr wisst ja Ich schaue das geschick Ach sag es Zerstöre Moment So Ach guck mal wie süß Oh das ist ja auch eine süße Idee Liebe Knuddelgrüße Sag mal was ist da mit dem Fokus doch nicht richtig Schön Das ist ja ein toller Stempel Cool Guckt mal wie schön das glitzert Ach guck mal da Die hatte ich auch auf das eine Wie heißt das Auf den eine Billerahme Den Halloween Billerahme Den ich da gemacht hat Die ist mir mal abgefallen Der alte Saubeide Warte ich mach erst mal die Sache Oh guck mal da Das ist ja Ups Moment So Guckt mal Cool Das ist ja mal Ach richtig cool Ups Ja da ich ja jetzt Unter die Albums Albums Albenfreaks Gang bin Die Albums Bastle Alben Bastle Ach guck mal da Wie heißt das Kann ich ja alles Gupfgebrauch Was mir zu verziere So tun hat Ich meine Kann ich sowieso Ich kann ja alles Guckt mal Sind die doch selber gemacht Ne Ne Guckt euch die mal an Die sind ja mal richtig krass Also so nah Guckt mal So nah Hat ich noch nie gesehen Noch nie Wow Die sind ja mal hübsch Guckt mal Also so nah Hat ich noch nie gesehen Dankeschön Was ist das da Ich muss gucken Dass ich im Bild bleibe Weil ich sitze Und nicht so richtig sehen Was auf dem Bildschirm Da vor sich geht Guck mal Das süße Tüte Ah guck mal Die kleine Flasche Oh cool Die kann man auch sehr schön Wenn man da was drin macht Sag ich jetzt mal Da oben zu Also mit bisschen Kleber zu machen Und kann die dann Schön dranbauen Obwohl Ich glaube Die stoppe da Die Stöpsel Bleiben da auch gleich drin Wenn man kein 500 Kilo drin macht Wow Schön Super Dann das da Ach guck mal Da sind keine Regenbogen Ist das nicht Regenbogen? Farvelle Welle Welle Ich schieds mal kurz Auf meine fette Hand Ja sind Welle Oder Regenbogen Da ist noch ein kleines Einhorn dabei Aber Hättchen da Cool Sau süß Ach Gott Da ist ja süß Da tut so richtig Die Stimmung heben direkt nochmal Da haben wir Washi Tape Ähm Ich hab mal jetzt ja vor kurzem Achtmal nochmal Washi Tape gekauft Ähm Weil ich das jetzt einfach Mit anderem Doppelseitig Klebeband Festklebe Ne Guck mal Schön Ne Ja der Fokussiert man nochmal nicht Ne Der hat heute Sonntag Scheinbar Guck mal da Boah Ach Gott Der Wal Da ist ja immer hammerhart Gell So was hab ich jetzt noch nicht gesehen Die Fisch hier Da hab ich glaube ich schon mal irgendwo gesehen Aber So oval Cool Ach guck mal da Gras Ne Boah das ist noch mal da Ilias Ich bin ein Video am Machen Ja mit dem Sündchen geht es noch besser Wie unschwer sie überheere ist Ne Gott sei Dank Gott sei Dank Es gibt ja nichts Schlimmeres Wie wenn die Brut krank ist Das ist ja schlimmer als wenn man selber Irgendwas hat Ne Guck mal da Tags Sommerdays Ach wie schön Super Ach schön Ach guck mal da Hat mir Karte geprägt Wie cool Wups Warte ich mach das Warte mal Ich leg die da hin So Oh da verfängt es sich Und der Schön Guck mal Das ist ja auch toll Cool Dankeschön Haben wir alles raus Oh das ist süß gemacht hat Kann ich dir da Nehmen wir die Sache jetzt mal noch mal da hin Dass ich es nicht verschlunze in meinem rumgewurschle Weil ich habe Bin gerade noch mal Album am machen Zumindest versuche ich es Und habe hier alles noch mal Aber das wisst ihr ja alles schon Ich muss mich Wenn ich ein Haul mache Muss ich erst mal hier den Tisch komplett Zwei Stunden abräumen Damit ich überhaupt Etwas filmen kann Jetzt hatte ich Bisschen aufgepasst Dass ich nicht nochmal alles zumülle Weil ich wusste Dass ich jetzt noch Was ich noch ein Video machen will Und ein Haul zu machen Oh Guck mal das jetzt her Ist das jetzt so abgefallen Ich glaube das hat doch geklebt Gell Da Ne egal Ich habe ja Kleber Da machst die Menge Wisst ihr ja Ich bin jetzt auch die Kleber Queen Schauen wir mal was dort drin ist Wie süß ist es verpackt Das ist so zartes Papier Oh ne Guck mal Oh Guck mal Oh Die kleine Karte Guck mal Oh Da ist der Haas Von Alice im Wunderland Lummer Oh Wie schön Guck mal Toll Und Karte Wow Kann ich gut gebrauchen Ich liebe so kleine Karte So cool Aber warte Ich muss das jetzt nochmal Ein Tütchen machen Ich Verschleunse alles Da fällt ja Etwas auf den Boden Ihr wisst ja Wenn ich Irgendwas schneide Oder so Fliebt ja alles Auf den Boden Und wenn mir Auf den Boden Sonstiges noch fällt Und dann ist es weg Außer ich muss Drei Stunden Suche Ach guck mal Das ist ja eine süße Idee Ne Cool Ach guck mal Loll Gras Paperclips Süß Ist da was drin Da ist sogar noch was drin Guck mal Wie mini Kleiner Brief Und noch Guck mal Und noch Oh süß Guck mal Drei kleine Umschläge Ist der leer? Ja Ach du liebe Güte Jetzt krieg ich noch gar nicht mehr drin gewurstelt So filigran So filigrane Sache Da habe ich ja Ne Probleme damit Mit meinen grobmotorischen Finger Ach wie süß Ach guck mal Schöne Ostern Lümmel Und das glitzert Seht ihr das? Lümmel Da sieht ja mal schön aus Mit dem geglitzert So schön Wow Da hast du echt richtig Mühe gegeben Wollte ich sagen Ich muss mich noch ein bisschen beherrschen Mit meinem Blatt In meiner In meiner Freude Ach wenn ich Haul mache Oder so Und bin dann so Wo warst du so Drin versunken Und dann Ja Und dann Genn ich immer platter In meiner Aussprache Das ist natürlich Schüttelspaß Jetzt bin ich mal gespannt Guck mal Ach guck mal Wie toll Wie süß Ach Gott Guck mal Gutschüss Oh toll Dankeschön Da kommt doch hin Da habe ich schon eine Von Simone Und von Katrin Da kommt der auch dabei Wo habe ich noch mehr Ich weiß jetzt gar nicht Oh ich habe ja so viel Ich verliere hier den Überblick Weißt du so Was ich jetzt Von wem habe Aber die große Weißt du die Die ganz große Die habe ich da hinten Hine ich mal die Auf so Spule Spule nennt man die Wo normalerweise Das Band drauf ist Die Ja Spule glaube ich So Kommt das da jetzt Was ist denn da Oh 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 hoffentlich Warum habe ich jetzt nichts Ach guck mal Ach Nochmal Gutschüss Was ist das süße Täschel hier Guck mal Muss ich doch mal Gucken Das ist mir doch Darunter gestatzt Ach guck mal Kleine scheiße Na komm Oh Jetzt habe ich Ich mache das jetzt mal so Und dann mache ich das Gerade nochmal Guckt mal Die sind ja mal süß Das hat die schöne Farbe Ich mag ja so Gerade jetzt So vor die Osterzeit Ihr wisst ja Eigentlich war ich ja schwarz Und so So gerne Also Wenn dann aber Der Frühling so kommt Dann gefällt mir ja Ach Also ohne Also im Wohnzimmer Dekoriere ich dann gerne Mit so Pastellfarbe Wenn ich das so toll finde Weißt du doch Ist man immer Wird man immer vorbereitet Auf die schön hell Jahreszeit Und so Da freue ich mich ja dann Immer wie bekloppt Ups Jetzt guck mal hin Also irgendwas Läuft hier ja schief Bei mir So ungeschickt So Guck mal So Gorgeous Bild aus Ja Sauschein Oh Mann Ich hoffe Ihr seht das doch alles Toll Toll Guck mal Ups Mensch Ich weiß gar nicht Wo ich immer Die Hand hin Ich habe die Kamera Ziemlich schief hänge Wie gesagt Nach dem Fauxpas Mit den letzten zwei Also mit den komischen Videos Die so ganz komisch waren Habe ich immer Angst Dass das nochmal so passiert Und dann tue ich Schief mich ja So schön So So Nummer Darin Oh Schön Lümer Warte Süße Täsch hier Ach guck mal da Das ist ja so toll Das hat Ich meine so ähnlich Ich meine so ähnlich Habe ich mir auch Ich meine im Tätiwarte hat man geholen Lümer Glemmaschir So schön So rum Ich schaff mal hin Um meine Arbeit Guck mal wie das glitzert Und wenn man es In die einen Richtung hält Ihr seht das jetzt so ein bisschen Da Da Dann sieht das aus Als wären das nur so Punkte Aber wenn man es dann dreht Und dann glitzert das ja wie bekloppt Wow Das ist ja richtig toll Also das gefällt mir ja so richtig Ich hatte mir ja da Zwei Rolle geholt Ich meine Ich bin mir jetzt nicht sicher Ob es so ähnlich wie das war Und noch andere Und dann bin ich nochmal hin Ähm Wer mir das so wahnsinnig gut gefallen hat Doch haben sie es schon kemmige Haare Siehst du Und das ist das Problem Das ist auch das Was ich immer sagen Mit Action Sache Ähm Das Problem beim Action Und das ist auch Was dann immer gefraut wird Warum man so viel kauft Das Ding ist einfach Action hat die Sache Nicht Immer Ne Und Nur begrenzt die Zeit Sag ich jetzt mal Ne Weißt du wenn dann ein paar Irre Wie ich jetzt zum Beispiel Uftauche und Regal leer mache Ist die Sache Sind die Sache weg Ne Und dann ist es natürlich die Frage Ob es nochmal kommt Ne Das ist halt das Was beim Action Endes so unter Druck setzt Dass man einfach Wenn man was haben will Ne Dann schnell sind muss Ne Und dann halt Ach Mehrfache Ausführungen Mitholt Weil man denkt Ja Wer weiß wie lange Sie es noch haben Das ist immer das Problem Bei Online Shops Und so Da brauche ich Da beeile ich mich gar nicht Da denke ich immer Da kann man ja immer bestellen Wenn man will Ne Das ist der Unterschied Ne Zwischen Action Und wenn man sonst wo Irgendwie bestellt So Der da ist jetzt selbst gemacht Jetzt muss ich mal grad gucken Ach guck mal Warte mal Vielleicht noch was drin Ne Das sind Dinger Dingsbums Da zum Ausmaulen Ja Süß Guck mal Oh Schon nochmal aus dem Bild Mein Gott Moment Ich mache zum ersten Mal Video Es hat mich ja jetzt echt Sag ich jetzt mal Überwindung gekostet Das Video so mache Weil ich jetzt schon so lang Ne So Kennst du mich gemacht Ne Das Das ist dann immer was anderes Wie wenn ich jetzt die Action Sache All auf den Tisch knalle Was ist das so Ja So Warte Höhle ich mal Die schöne Sache da runter So Haben wir da leer jetzt Ja Ach toll Die Dinger sind ja cool Guck mal Wie süß So Nummerin damit Jetzt wird er ausgepackt Woppa Guck mal da Ach da Ist da der Knopf Zieh ich jetzt erst Guck mal wie schön Wow Ach du liebe Güte Süß gemacht Süß gemacht Ah ok Jetzt habe ich schon Überlebt Ich habe das jetzt Zuerst nicht gesehen Da bin ich ganz heißer Das verschlägt mir jetzt Erst die Sprache Ohne Witz Da ist ja jetzt Ja da ist ja jetzt Kann mir mal einer sagen Oh Gott Wann ich Moment mal grad So Ich bin immer da Yes Das Gott So Warte Das mache ich jetzt mal auf Ohne Zerzeroppe Das ist eine super Schöne Idee Ach Ich bin total Total sprachlos So Guck mal Ist das nicht schön Ach du liebe Güte Guck mal Guck mal wie schön Oh Schau nochmal aus dem Bild Summer Guck mal Auch eine Kleinigkeit Ups Oh ne Was schön Oh guck mal alles Da sind noch Dinger Seht ihr das Warte ich muss das noch so hinein Dass ihr das seht So Ach guck mal Text Ach Gott Wie schön Dankeschön Oh ne Das ist ja so süß gemacht Schön Wow Toll ist das Also das ist ja richtig Wenn ich das jetzt abmache Warte mal Dass ich hier noch was verreiße Ich bin ganz heißer jetzt So freu ich mich Das ist echt So Ich hoffe Dass wir das jetzt sehen Ach guck mal Kleine Elfe Elfe ist das Ne Vier ist das nicht Elfe Hose Herzje Ach guck mal Wie schön Wow Da sieht ja mal toll aus Gitarre Schlüssel So cool Wow Dankeschön Warte mal Ich mach das jetzt noch mal drin So Huch Oh ne Bums Ich hab's noch keine Finger Aha Oh leck Ah ne 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 Ich bin heute noch mal außer Rando Band Ich hab's noch keine Finger Ich hab's noch keine Finger Oh wie schön Guck mal Ist das nicht schön Warte mal Nehm mal So fest Jetzt guckt euch die doch mal an Seht ihr das Ich hoffe dass er scharf schaltet Ich sieh's nicht richtig Guck mal Dem Hut kleidet scharf Auf dem Ricke Auf dem Bobbis Besser gesagt So schön Haha So witzig Wie Da sticht auch noch was drin Wart mal Bevor ich jetzt hier irgendwas übersehe Ups Oh Oh ja Da ist auch noch was Ups Sorry Oh Mein Gott Mein Gott Mein kleines Hallo Oh leck Wart mal Da muss ich jetzt mal auf die Seite legen Das fällt immer noch mal ab Jetzt muss ich mal gerade doch Moment Ich muss mal gerade doch regucken Ja scheinbar Ja scheinbar Wart Ich les mal doch hinten Guck mal Mensch normal Sag mal Also mit der Kamera Ah uch Guck mal Guck mal Es hat doch so tag Leben Leben Lachen So Schön Guck mal Die sind ja auch süß Dankeschön Jetzt guck mal Das da Ne Richtig schön Wart ich leh das mal auf die Seite Ach Dann geht es mich immer weiter Oh guck mal Ist der nicht toll Ich muss das nochmal abmachen Ja Das stimmt Guck mal Ist der nicht toll Cool So schön gemacht Oh Ines Du hast da ja richtig mögen Ich bin ja total Fasziniert So cool So schön Guck mal Süß Happy day Good day Schön ne Love you Schön Das da ist ja auch toll So schön Dankeschön Ach je Schleidert mal auf die Seite Da ist auch nochmal was drin Oh ne Oh ne Oh Ich hab jetzt grad schon Wart mal Wie geht denn das Wart mal Sag mal Ich muss das mal hoch Warte Moment Ich will ja hier nichts kaputt Reise in meiner unqualifizierten Rumgefummlerei Das hat das ja so schön gemacht Jetzt guck mal Wow Wow Oh süß So toll Dann hier mit Rollschuhen Und Skateballs Und Fahrräder Krass Krass Da sieht ja da nochmal was da verschiedene Kugel drin Ich weiß Achso Das macht mal so Ich versuche das jetzt nochmal über meine Wurstarm rüber zu ziehen Wart mal So Moment Ich hab's gleich Kann sich nur noch um Stunde handeln Oh Siehste Ich hab hier so fette Arme Fette Finger So Jetzt muss ich mal gucken Wie ich das laut zugriege Wart Ich mach das jetzt mal so Ach wie toll Guck mal Oh Dankeschön Ist das nicht süß Oh Schön Und man kann's dann in der Länge verstellen Wie man braucht Was Wenn man's jetzt nicht so eng will Ich will's so Ich will mich hören Dass das oben bleibt Und nicht nur ohne Rutscht Weil meistens Wenn die Sachen schwerer sind Rutscht die ja rum Um den Arm Ach schön Danke Das ist ja toll Sind wir da doch anständig Bei meinem Rumgefummerei Hey Guckt mal Was ist schön die Kugel Toll Dankeschön Oh Jetzt klingelt's auch noch Unfassbar So Ich brech jetzt hier ab Und mache noch ein zweiter Teil Weil sonst kann ich kein Zeit Jetzt anständig hier So gucke Weil es sind jetzt schon Fast 32 Minuten Und dann schaltet Das Tablet ja von selber Nochmal ab Und beendet das Video Und das will ich nicht Wir sehen uns im Teil 2 Nochmal Bis gleich Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Vielen Dank.